Wir sind voll auf Kurs von der Tanke, die will ich... Oh nein! Du ungroßes Feuerball, Jubel! Ist er tot? BAM! Ja, wie geil ist das denn? Komm, wir schreien jetzt bei The Idiot rein, oder? Oder hier so... Lande einfach irgendwo auf dem Dach, scheißegal. Äh, auf dem Dach. Jaja, ich weiß. Vielleicht so, dass ich so lande, dass wir nicht ganz da links sind. Macht das Sinn? So? Ja, das macht Sinn, aber das werden wir so nicht schaffen hier. Du musst schon noch ein Stück nach links. Guck mal, was unter uns ist. Jaja, deshalb wollte ich eigentlich gucken, ob das vielleicht schon geht, weil man... Naja... Oh, wow, wow, wow... Ja, das war's. Oh nein, doch nicht. Nein, ich hab grad... Das Problem war, ich hatte grad den Autopilot an. Waaah! Läuft bei mir! Ey, der ist bei uns drauf! Der ist bei uns! Was? Der ist, komm mal, komm mal zu mir, komm mal zu mir! Siehst du den da oben? Ja, der ist aber tot! Richtig, der ist da irgendwie drauf gesprungen. Aber ich hab... Ich mein... Ich meinte da... Hier ist noch jemand auf dem Dach. Höchste Alarmbereitschaft. Ich mein, hier ist noch einer... Pass auf, ich komm um die Ecke. Ne, ist... ist clear, oder? Ja. Wie kam der denn jetzt da hoch? Ist er mit Fallschirm abgesprungen, oder? Ja, oder der ist da gespawnt. Der hat sich das letzte Mal da ausgelockt. Der ist ja voll gestorben! Ich bin tot. Der hatte so'n Arcaden-Dings auch, ne? Ey, aber wo sind denn jetzt bitte diese scheiß Enemies da an diesem scheiß verfickten Gansstopp, Mann? Heck, hallo! Oh, scheiße. Ja, da muss irgendwo einer sein. Fuck. Wie... Wie kann ich dich denn beleben wieder? Äh, dafür wirst du eigentlich sanitäter sein. Och, ne. Was? Was steht denn? Nicht viel. Soll ich... Soll ich einmal... Die Titan verballern an nem Boot? Uäh, ich dachte mal... Schon, wenn du damit nen Enemy killst, kannst du ja machen. Ist das die Frage, ob ich nen Enemy killde? Haha. Wäre schön, weil dann kann ich bei dir spawnen. Ich mach mal... Ich mach mal auf Glück, gut Glück. So, mach das mal. Ah. Ach, warte. Ich hab nur TNAD lieber. Bin ich angespannt. Boah, Alter. Oh, so, 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 so. Waste. So nervös sei ich glaube ich noch nie. Ähm, warte mal. Chase? Bist du ja auch sicher, dass in dem Boot wir hier drinnen hängen? Boah, hab ich den? Ja, ich hab ihn gezählt jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Volle Pulle! Volle Pulle! Genau! Genau getroffen! Da war so ne Staub... Explosion! Wie bei nem alten Rechner, Alter! Alter, immer noch zwei Enemies. Willst du mich ficken? Ja! Scheiße, der hat mich... Weggenockt! Ah, Scheiße! Fick für despawned! Und zwar... Ich hätte den Winter Alarmut wegknallen sollen! Scheiße! Echir Haken, wer verhasst du denn? Zwei Schuss hatte ich? Maaa. Ich hab mir so gedacht, ey, das wär zu schade, jetzt bin ich komplett tot! Geil! Also der müsste ja in den nächsten 10 bis 20 Metern sein, ne? Äh, auch ein bisschen weit weiter noch. Er kann bis zu... 70 Meter entfernt sein. Der wird ganz klar in den Store wollen. Kriegt er auch ne Meldung, dass wir da sind? Aua, ja! Kacke, er hat mich! Ihr auch immer, der das wusste! Ich bin tot! Einer ist direkt im Ganztor drunter. Wir sind beide tot! Wir sind alle tot. Wir haben uns beide gegenseitig in den Tod geschossen. Boah, war das schlecht. Bei der Unterschied, dass ein Teammate ihn wiederbelegt. Richtig. Hast du denn irgendwie gespottet? Ich hab mich nicht. Guck mal, dass ich den höheren Punkt finde. Wir haben hier einen leeren Geländer. Oh... Mit einer Box vorne. Wir haben geschossen von rechts. Ja, hast du... Das sind die Typen von der Seite. Ich auch, ich auch, ich auch. Oh... Nein, wollt ihr mich verarschen? Der hat jetzt gerade leider kurzen Prozess gemacht. Die haben halt leider Aimbot, die Typen. Ja, hab ich ja auch voll gemerkt. Ich konnte ihn nicht mal sehen. Achso. We turnen wir mal ein Versation vorbei? Da ist ein Typ! Wo? Hast du ihn, hast du ihn. Wo war er? Direkt an den Kissen in meinem blauen Haus. Jetzt können wir hier bluten. Kommst du ran hier? Was haben wir denn hier? Ah, auf Beschuss! Oh fuck, renn, 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 renn. Scheiße, der war auf dem Dach. Scheiße. Der hat mir so in den Arsch geballert, der konnte gar nicht mehr laufen. Ach du Scheiße. Für mich hat er da direkt danach auch angeschossen. Ja. Dann nenn ich meine Aussicht. Au. Punktlandung. Au. Das ist ne Frau, Mann. Ja, aber ich hab ihn auch da vorne vorne. Kein... Alter. Ja. Aber ganz ehrlich, ich hätte mir diesen Scheiß-Fuckbox so gemacht, ey. Du hättest uns in die Luft klacken. Aber ich denke, ich geh so schnell in die Luft, und so wie du fährst, ne? Alter, ey ey. Ja. Ja, alles klar. Was habt ihr gesehen? Genau zwischen die Steine gelandet. Das ist doch super. Ja. Das nennt man... Das nennt man Einfliegen. Einfliegen. Verstehen Sie? Verstehen Sie? aa. Juist nicht! Staat! Werner, wann es e軍lease oder sich? Die ist das! Das nennt man. Anschein von Keine. fills die Schmerzen. Da Ciao. crust PhD Herbst. Bis zum nächsten Mal.